Direkt zum Schiff, soll man durchfahren. 6A ist hier. Rechts rum direkt. Wo ist der hier runter? Ich sehe links vor rechts. Links vor rechts. Ich fahre Bremsen lieber Elfo. Wenn der vor dem Luftfilter ist, dann ist er oben. Jetzt? Zwischen der Ecke. Wehe durch. Fünf Vordränge. Das kennen die hier. Wo ist der 6A? Da ist der 6A. Fangen Sie direkt zum Schiff. Wir müssen nach oben. Umdrehen nach oben. Da oben drauf. Das ist noch 6A hier. Dann haben wir ein Ticket von Andrea gemacht. Andrea muss nach oben rauskommen. Unten als Autoflex. Wie sieht der aus? Nee, der kann auch nicht raus sein. T-Line ist aber nicht. Pferde ist nicht einfach. Jetzt umschalten. Das kann ich mal drauf machen. Ja, das denke ich auch mal. Also, die Platten mal anstauschen. Die Steben wird da wie immer durch. Ich warte mal, was hier sind wir los. Moin. Gleich sind die Seitenstapler hier eingeparkt. Gleich sind die Seitenstapler hier eingeparkt. Jetzt. 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 Links. 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 Alles schon mal zu über dir. Oh, rechts. Zum Maschine. Alter, lass uns mal den Schlitter mitnehmen. Vielleicht auch packen. Jo. Mal noch warten. Einmal die Handwerker anstrengen. Jo. Zeit, lass uns mal den Schlitter mitnehmen. Falls kommt noch mal. Ja. Wieder geht's mir mal. Du bist versteckst gerne. Daチke. Wasser, schnell. Viel zu lang gewartet Auf dem großen Kuh Viel zu viel Zeit verschwendet Viel zu lang gesucht Viel zu lang auf der Reise Ohne Ziel und Zweck Viel zu lang nach Gold gegraben Und gewödem Dreh Doch wenn es hart auf hart kommt Dann kannst du mal wieder normal fliegen Schnell mal schwappen Ich schaff doch schneller als der Nachbar In der Marsch auf den Lehmbogen Da könnt ihr mal auf den Lehmbogen Auf den Lehmbogen mal runterlassen Er geht vorne hoch oder er reißt ab oder er geht aus Wahrscheinlich alles auf einmal Ich schätze es reißt ab Die Schare bleiben stehen Der Rahmen fährt weiter Wir wollen nicht fliegen Im Sommer haben wir unsere Bahn geflügt Der war richtig knopptrautsch Nach dem Tag Wir haben nur so einen Platz 15cm Der war schwer 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 Andreas, weißt du noch Hildesheim 2009 Wo ihr das erste Mal DM gefahren seid Ja 1246 Der Nachbarbetrieb Die waren da am fliegen Ich weiß nicht Ob ihr die gesehen habt 1455 Mit 3-Schar-Beet-Flügen Sowas was die bei uns früher An 30er-Dolz gehacken haben Alter, das ist schon ein richtig schwerer Boden Bester Boden aus ganz Deutschland Ja Wir haben Betriebe mit Gott Ja Jetzt gehen wir noch die Becken der Form Wir haben alle Becken am Wettbewerb Ich hab einen Platz Ich hab einen Platz Ich hab einen Platz Ach, was hast du noch? 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 Ach, hier bin ich jetzt noch keine Säume So, hier bin ich dann keine Säume UNTERTITELUNG Musik Musik Tritt nicht alles aus Und irgendwie Das war nicht so viele Leute, aber ich kann es auch nicht mehr machen. Da sitzt gar keiner drin, ist allgemein gescheitert. Hier wird aber ein bisschen was zu besuchen. Hier wird es ein bisschen wasser. Das ist ein bisschen wasser. Das war's für heute. Und Gas! Depart, Depart ist wohl Fahrerlager bis dahin. Wo ist die Frage? Wo ist die Frage? Ja, wo ist die Frage? Stopp, ich bin richtig drohe. Das ist so fast. Ich muss immer Eintritt bezahlen. 38, eine Telefonzelle. In den Schlag, jetzt ist alles vorbei. Be Absaal. Applaus Sie hat es dann in? Möchtung? Wir sehen uns schon, alle Runde. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. 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 Oh, my God. Und so einen großen Applaus für die zwei in Formstock 3500 kg André Red Baron Und auf der anderen Platz haben wir Martin Johansson auf Blue Viking Und auf der ersten Platz haben wir Kalle Tagesson auf Heavy Metal Und ein Stabrappler zum 3.0 denne gangen von Pallen So, und dann können wir Wir haben ein paar andere Zusammen mit Gnaden, was im Gnaden da war, was rumlade, die heiße Kunftsflügel von Primo dran haben, ja. Kunftsflügel von Primo dran. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk